Hallo ihr Lieben, bald steht Weihnachten vor der Tür und es ist nicht mehr lange hin. Und oft machen wir uns Stress. Was kaufe ich? Mit wem verbringe ich Weihnachten? Wo fahren wir hin? Was machen wir über Weihnachten? Und man ist voller Stress. Aber seitdem ich eine Sache nehme, bin ich nicht mehr voller Stress. Und welche das ist, das erfährst du von mir. Und vor allen Dingen, seitdem ich den Weg zu Gott gefunden habe und mit Gott arbeite und selber den Menschen Gott nahe bringe oder die Tools von Gott. Seitdem ist mein Körper und Geist sehr, sehr ruhig geworden. Und seitdem habe ich Weihnachten ganz anders kennengelernt. Ich kenne das auch. Hauptsache jedem gerecht werden. Ein gutes Geschenk für jeden. Und hatte auch den absoluten Weihnachtsstress. Wie schmücke ich, was schmücke ich. Und alles, was zum Weihnachten drumherum gehört, hat für mich Stress verursacht. Aber seitdem ich mit Gott gehe, habe ich erkannt, wie toll es ist, so ruhig zu bleiben im Geist und im Körper. Und mich auf das Besinnliche zu konzentrieren. Einfach die Tage so zu gestalten, wie ich es möchte. Mit meiner Familie, mit meinem Leben, mit meinen Bekannten, Verwandten, Freunden. Ganz spontan, kurzfristig. Und innerliche Ruhe, vor allen Dingen, dass du mit Menschen die Zeit verbringst. Das ist ganz, ganz wichtig, die dir am Herzen liegen. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, und das ist das Allerwichtigste für mich. Gott ist geboren. Und das ist das schönste Geschenk, was man haben kann. Die Geburt Jesus. Nicht Gott, aber Jesus. Und er führt mich auf dem richtigen Weg. Und er macht mir sinnliche Weihnachten. Und ich bin dankbar, dankbar, dass Gott geboren worden ist. Ja, und seitdem hat sich mein Leben zum Positiven komplett verändert. In Fülle. Das sehe ich mehr, das Menschliche und das Herzliche. Und ich möchte gern allen Menschen auf dieser Welt die Tools von Gott weitergeben. Dich in ein anderes, in ein neues Leben dir schenken. So wie Gott es mir geschenkt hat. Ein stressfreieres Leben. Ein Leben mit Fülle. Und wenn du Interesse hast und im Spirituellen mit mir arbeiten möchtest, schreib mich gern an. Aber, dann wird es ein ganz anderer Weg sein, den du mit mir gehst. Ein völlig neuer Weg. Und wenn du ein Produkt kennenlernen möchtest, was für die Gesundheit für innen und außen ist, und die dich dabei unterstützt, melde dich auch gern bei mir. Tschüss ihr Lieben. Ciao.